Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir eine Waschmaschine und einen Wäscheständer. Wir brauchen Schachteln, Pappe, Deckel, eine Perle, runde und eckige Holzstäbe, Draht, Stoff, eine Ampulle, Streichhölz, eine Bügelperle, einen Strohhalm, die Verpackung von Ziegenfrischkäse, ein Scharnier, eine Verpackung und ein Band von einem Versandhauspäckchen. Für die Waschmaschine kürzen wir zunächst eine Schachtel ein und schneiden ein Loch in die Vorderseite. Dann kleben wir einen Deckel in die Schachtel hinein. Das wird die Trommel der Waschmaschine. Jetzt schneiden wir aus einem Deckel oder aus Kunststoff einen Kreis aus und kleben diesen Kreis auf den zweiten transparenten Deckel. Jetzt brauchen wir ein Scharnier, dafür nehmen wir die Verpackung von Feuchttüchern und schneiden ein Scharnier aus. Das Scharnier kleben wir jetzt an den transparenten Deckel und an die Schachtel. Dafür haben wir dann ein kleines Loch gebohrt. Eine flache Perle als Drehknopf ankleben und oben und unten jeweils Pappe ankleben. Die Pappe dann hinterher noch ein bisschen zurechtschneiden, damit es besser passt. Da ist die Waschmaschine schon fertig und man kann sogar den Deckel auf und zu machen. Für das Waschpulver verschmälern wir eine kleine Schachtel und nehmen das Band von Versandhauspäckchen, schmälern es auch, bohren zwei Löcher in die Schachtel und kleben dieses Band oben hinein. Jetzt noch die Seite wieder zukleben und die überstehenden Ecken abschneiden. Für den Wäscheständer nehmen wir einen eckigen Holzstab und kleben mittig einen runden Holzstab an und noch weitere zehn Drahtstücke. Auf die gegenüberliegende Seite auch einen eckigen Holzstab kleben und den Ständer bzw. die Beine in X-Form unten ankleben. Für die Füße nehmen wir dann auch wieder eckige Holzstäbe. Für die Dosierkappe nehmen wir einfach das untere Ende einer Ampulle und schneiden es zurecht und gießen einfach ein bisschen blauen Nagellack hinein. Die Ampulle verschließen wir dann wieder mit einem Stück Kunststoff, das wird der Weichspüler. Den Flaschenhals abschneiden und wieder mit blauen Nagellack befüllen. Für den Deckel einfach ein Stück Strohhalm nehmen und oben an die Flasche ankleben. Jetzt noch eine Bügelperle ankleben. Fehlt nur noch das Etikett. Für den Wäschekorb nehmen wir eine Ziegenfrischkäseverpackung und verschmälern und verkürzen sie. Beide Hälften wieder zusammenkleben. Damit der Wäschekorb einen schöneren Abschluss oben hat, nehmen wir wieder einen Deckel und schneiden einen Rahmen aus. Den kleben wir oben auf den Wäschekorb. Den Wäscheständer bemalen wir mit weißer und blauer Acrylfarbe, die Waschmaschine in weißer, silberner und schwarzer Acrylfarbe, die Waschmittelverpackung in weißer, grüner, roter, gelber Acrylfarbe und den Wäschekorb in weißer und grauer Acrylfarbe und den Weichspüler in blauer Acrylfarbe. Jetzt brauchen wir natürlich noch Wäsche, dafür habe ich einfach Stoff genommen und mir was vorgemalt, die Kleider. Ich bin ja wirklich wie gesagt eine Null im Nähen, deswegen habe ich sie einfach immer zwei Hälften ausgeschnitten und zusammengeklebt. Da haben wir die Mini Wäsche. Für die Wäscheklammern habe ich einfach Streichhölzer in kleine Stücke geschnitten und nochmal halbiert und dann wieder mit Heißkleber zusammengeklebt. Die Klebestellen habe ich dann mit schwarzer Acrylfarbe bemalt. Na dann einen frohen Waschtag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald. Eure Steffi Ich war glücklich. Vielen Dank.